Hallo liebe Fußballfreunde, Thema FC Augsburg, äh, Thema Bundesliga, 2023, 2024 und der Spieltag. FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg, Ergebnis 3-2-2. Startelf von FC Augsburg, Dremann, Dremin, Komi, OBKW, Startelf Augsburg, Kovalev, Oduki, Pateasen, Xabi, Dresch, Jensen, Michael, Eldum, Dremus, Dremus, Dremic, Tics. Das war es von VfL Wolfsburg, Startelf von VfL Wolfsburg, Perfen, Malé, Daciks, Jens, Korfa, Das war's von FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg, 1 Uhr nachts 3.